Ah nein! Die Scheiße ist doch Fan! Wunder gefallen, was denn? Der Server hat einen fitten Leck. Oh Scheiße, mir fehlt immer jede Ressource. Ja, so heißt das. Ja, Ressource. Singular von Ressourcen ist Ressourcen. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Ey, dein... Das war doch auch geil. Bestes. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Nein, das... 1000 Milliarden, 900 Millionen. Zwei Spinnen. Geil. Nein. Mach mal nochmal Leid dran. Was ist los mit dir? Das sieht echt hübsch aus, was du da machst. Nein. Oh. Ja, geil. Zwei Kree-Pass. Nein. Und wenn mein Leid das doch gar nicht so oft vorkam. Keine Ahnung, wie das heißt. Nein. Nein. Das kam überhaupt nicht oft vor. Was? Das Leid. Welches denn? Keine Ahnung, wie das weiß. Das haben wir schon so oft gemacht. Das ist schon von Anfang an drin. Trunfallen, deswegen sag ich nein. Achso. Ja, das deckt dich doch gar nicht. Die ist ja gar nicht automatisch. Die scheiß Farm. Die Farm. Die Milone Farm. Ist die auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Ich dachte, solange wie du hier dran sitzt, machst du wenigstens sowas mit Redstone. Nein. Ich weiß, ich bin der Redstone-König und du traust mir so viel zu. Aber nein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Er schubst man sich nicht mehr rum, ne? Was? Ja, man schubst sich nicht mehr rum. Ja, hab ich gerade leider gemerkt, weil ich wollte dich wegschubsen. Biss dich, Markus. Geh mal weg. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das ist der Expressionismus-Uhrenkind. Es ist Sparta. Nein, hier ist Patrick. Er klaut. Er hört auf. Oh. Habt ihr nichts, Kind? Ja, der spielt Lava da über meinem Haus rum, ey. Ich fache dir das fast ab. Es wächst ganz schnell da an. Bist du witzig, Marcel. Er macht doch, irgendwann ist die Fläche voll, dann brauche ich mein eigenes Zeug weiter. Tja, siehste? Nein, das ist ein Creeper. So eine Fotze muss man einfach mal ignorieren. Boah. Boah. Nein! Du Vollidio. Ich hab den einmal geschlagen, der ist aufs Land und explodiert. Witzig. Oh, witzig, Alter! Nein! Ich find das witzig. Warum ist da ein Creeper in meiner... Alter, da war ein Creeper drin. Ich bin direkt an die vorbeigelaufen. Bisschen Schiss. Alter, die regen mich auf, die Viecheres. Verpasst du. Verpasst du. Witzig. Witzig. Wir nehmen jetzt ungefähr eine Stunde auf. Kann mir total lang vor jetzt, die Scheiße. Kein Bock mehr? Nein. Nur, das kam mir halt lang vor. Also hast du keinen Bock mehr? Nein. Nein. Das ist Deutschland hier. Nein, das ist Sparta. Nein, hier ist Patrick! So, ich würd mal sagen... Sobald Melonen gewachsen sind, kann ich die abpflanzen? Und ich würd mal sagen, meins ist jetzt fertig. Hier mein... ...mein Areal. Ein paar Fackeln können wir aufhängen. Oder eigentlich noch welche. Ja, da. 16 Stück. Oh... Die little Wall of Fame. Father, sing. You're Fabio Broadway. Farmer Broadway. Farmer Tour. Äh... Scheiße, ich hab kein... Hab ich nur was zu eaten? Nein. Da hast du recht. Aber wie kriegt man jetzt was zu phrasen? Komm her, ich hab Fly. Ich guck mal, ob Dings hier fertig ist. Die scheiß... Farm. Der hat den schon vor lange nicht mehr angemacht. Natürlich ist die fähig. Mit den Nerven. Yo. So. Da brauch mich noch eine... Achso, ja, ja, ja. Die letzte. Die letzte kommt. Einfach bei mir mit. So, dann würd ich auch mal mein eigenes Haus bauen. Kann ich dein Holz benutzen? Welches Holz? Und was für ne Kiste da ist? Welche Kiste? Dann findest du das ganz voll, viel, voll viel Holz und so. Ne, das kriegst du nicht. Okay. Ich muss mir bohren, wie du. Ich kann dir natürlich... Was abgeben? Scheiße, warum nicht runter? Ist ja nicht so, dass wir irgendwo oben noch Holz haben. Das will ich nicht verschwenden. Das ist für schlechte Zeiten. Warte. Dein Haus... Wie groß wird das denn? Warum? Was? Warum? Ja, für schlechte Zeiten wirst du jetzt fünf Stacks für ein Haus verschwenden. Ja, komm. Oder benutzen. Ach, mach was du jetzt willst. Mach ich auch. Was ist deine Freiheit? In diesem Punkt da... Ich weiß noch gar nicht, wie ich das machen soll. Ich will irgendwas kreatives sagen. Ich sehe, wo du bist. Ich kann deine Fotos da wirklich nicht. Ich auch. Wie riecht das denn? So in Essig? Nee. Ich wollte dir sagen immer, das riecht nach Fisch. Das habe ich auch schon mal gehört. Och. Das spielt ja ganz stark. Warte, das ist noch so viel. Heute... Ach, wen haben wir denn hier in der Leitung? Maria! Heute ist der Tag der ungewöhnlichen Namen. Maria. Ich glaube, ich habe den schon mal gehört. Moment. Mhhh... Noch kein Dom. Fapp, fapp. Machst du gerne, ne? Ja. Ja. Wow. Machst du mal Doppel-Down-Fall? Ich kann den Regen nicht ab. Schlag doch auch mal ein Thema vor. Oh, wow. Hast du schon alles vorgeschlagen? Hey. Ich habe über Kinder geredet und mich über Kinder aufgeregt, die nicht mal Dubs nicht beschreiben können. Ich würde aber meinen, äh... Bluetooth nicht zu... Dings so... 30.000... Du musst dich ja nicht über irgendwas aufregen. Du könntest ja auch irgendwas erzählen. Ja, dann überlegen wir mal. Also, ähm... Weil wir können über irgendwas diskutieren. Ja, das ist bestimmt voll, äh... Interessig so. Wir regen uns ja immer gegenseitig auf. Weil wir irgendein Thema haben. Jetzt habe ich keine Hone. Hier sind voll viele Scheiße. Es fällt da voller... Ach, egal. Also, ähm... Was gibt es denn, was es so zu... Wert wird, drüber diskutiert zu werden? Ja, voll schwerer Satz. Ja. Ja, sag. Ich weiß es nicht. Das war eine Frage an mich. Ich dachte... Das war so ein Selbstmöglich-Struck. Ich rede doch nicht mit mir selber! Nein! So, gerade gewittert zu euch. Ja, hier bei uns in der Umgebung ist natürlich auch gerade super Wetter überall. Ja, der Herbst. Der Herbst kommt langsam. Bei uns regnet es nicht. Kann ich jetzt ein bisschen Holz von dir haben? Das dauert fünf Jahre, bis ich hier fertig bin. Ja, warte kurz. Ich würde gerade kommen. Ich mach kurz ein bisschen... Dann gibst du mir die Video einzeln. Das weiß ich jetzt auch. Wir können ja über irgendwelche Angewohnheiten reden. Ja, ich habe die Angewohnheit. Das ist ja nicht mal extra gesagt. Ich habe mir irgendjemanden angewöhnt zu sagen. Ja, meinte ich doch. Und ich sag das die ganze Zeit, wo ich das nicht mal in dem Moment wusste. Das war oft schon passiert. Ja, ich hatte auch gerade einen im Kopf. Ja, zum Beispiel dieses Fingerknacken. Ich musste auch volles fahren mit dir. Den Hals... Volles Sau, ey. Ja, aber das macht doch keinen Sinn, wenn wir selber so viel fahren. Oder beide so viel fahren. Achso, ja, letztens hat auch einer geschrieben in den Kommis, ne? Wir sind voll da. Also ich, das war ein... Singleplayer-LP war... Warte. Ja, dein Haus ist voll schön. Dein Keller ist auch... Ja, der ist noch nicht fertig. Alter, ich habe... Hä? Guck mal hin. Okay. Bangorang. Wer, du hast was geklaut? Ich habe nix. Ich habe nix. Ah. Dankeschön. Ich habe nur noch eins. Es dürfte reichen. Falls nicht, dann komme ich nur mal wieder. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hinbauen soll. Dann komme ich nur mal wieder. Verpiss, ich habe ja nichts. Hab ich das gesagt? Ja. Ander hier unten. Ander ist Dschungelhaus. Ich will doch nicht so weit aus der Burg rausgehen. Wir haben die ja sonst für lau gebaut. Die ist doch für die Dings Optik. Ich bin auch nicht so weit entfernt. Ich bin auch nicht so weit entfernt. Ich bin ja gerade mal auf dem Sack. O-Kügel hier bauen. A fuck of kine. Wo baust du? Guck ich gerade. Ich will auch nicht da hinten bauen, der ist voll einsam da. Du hast gut gelegen. Ja, das war auch eine jahrelange Dings hier, jahrelang überlegt Ich glaube, ich mache mir einen Cubic Dazu brauche ich aber schwarze Wolle nachher Hab ich Was ist das denn? Das ist halt so ein Cube und dann wird der schwarze ummantelt Achso Hier wäre ein guter Platz, aber da ist so viel Scheiße Sand Ja, das ist scheiße, dass wir so in der Umgebung sind In der Schneewelt will ich nicht bauen In der Wüste schon mal gar nicht Hier wäre auch ein guter Platz, aber da ist der Schrein Davor will ich nichts bauen Ich mache einfach irgendeinen fetten Cubic in den Sand In den Sand gesetzt